Und willkommen zu Cyberprojekt, es geht direkt weiter und wir bauen Kohle ab. Ähm, wer nimmt jetzt alles nicht mehr auf? Ich. Ich. Ja gut, dann sehen wir uns, äh, demnächst. Okay, tschö. Ich werde wohl bestimmt morgen wieder aufnehmen, also. Ja klar, du kannst ja immer auf den Server. Jo, ähm, könntet ihr, könntet ihr alle mal diesen Lotte ein- Ja, ich bin nochmal weg. Das hier, das hier adden, äh, den Skype-Account. Das ist nämlich meiner, da wo ich öfter online bin. Jo, mach ich nach der Aufnahme. Okay, startet dann auch nachher. Dann, äh, ich melde mich jetzt kurz ab und dann könnt ihr mich da adden, okay? Tschö. Jo, servus. So, und herzlich willkommen zurück bei einem Serverprojekt. Jo, servus. Nitronics ist raus, QB ist raus, äh, Quazys raus. Ja, wir sind auch zu dritt. Ja. Gut, und ey, wir nehmen mich immer noch die erste Folge auf. Ja, so zwei. Ich war schon bei der zweiten. Ja, mach ich gleich mal. Das heißt, ich geh jetzt ganz schnell hoch das Eisenschmelzen, was ich gefunden hab. Ich hab Air Shots, ich hab Eisen, ich hab Kulle, ich hab hier so ne geile Schlucht. Ich hab nur noch Water Shots drauf. Und ich finde hier die ganze Zeit, äh, Obsidian Totems. Nicht Water Shots? Wer war noch gleich derjenige? Ey, verpiss dich, das meines Tripmein. Nate. Ich bin Nate, Digga. Ja, ich weiß, und ich seh dich hier genau bei mir. Ich bin hier in der Schlucht. Ey, Leute, ich mach jetzt auch mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Dimitri und Nate. Bis dann. Bis dann. Ey, Dimitri, das blaue hier gehört mir. Kaum was das ist, ich glaub, irgendeine Rubine oder so. Das ist meins. Und die nächste Folge kommt jetzt direkt hinterher beim Cyberprojekt mit Nate und Dimitri, wie ich schon gesagt habe. Hey. Peace. Und? Ja. Gott, scheiße, ich sollte mein Grundstück erstmal ausleuchten. Ich bin hier gerade in irgendeiner Wüste und hab die wahrscheinlich wieder verlaufen. Okay, hier ist Lava, rote Rubine, Water Shots. Boah, das muss ich alles mitnehmen. Ich bin tot. Dimitri, das war der zweite Läser. Ich stehe deine Water Shots später. Noch mehr Robi. Wir können verhandeln, ja. Okay. Und wer von euch war jetzt derjenige, der... Ey, hier ist ein künstlichbares Skelett. Der, der, ja. Mega geil. Ich reconnecte. Wer war der, der, wie heißt es, Rubbertree Saplings hatte? Äh, ich? Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich Saplings mitgenommen habe. Boah, Mann, was ist denn das? Meine Chunks laden hier nicht richtig. Entwitzig, und ich hab hier einen unsichtbaren Gegner irgendwie gehabt, gerade. Ja, eine paar Sekunden geht das weg bei mir, also, weißt du? Ah. Da Fug, und wo ist meine Kohle? Oh, die muss... Ah, ich hab sie. Was ist das Grüne? So ein grünes Erd? Grün kann entweder, äh, Gran sein, oder es kann... Bis hellgrün. Es könnte genauso gut, äh, Smaragde sein, oder Emeralds. Boah. Boah, scheiße, jetzt kommen hier auch noch Zombies, ey. Ja, ich fang jetzt erstmal an, hier mein, äh, mein Gelände auszuleuchten, Digga. Ja, ich wollte jetzt gerade, äh, ich wollte jetzt gerade, äh, kurz Cutten machen und reconnecten, weil wir hier Probleme irgendwie gerade sind, aber no chance. Da kommt echt schon, wenn man sie gar nicht braucht. Ich habe immer noch meinen schönen Hund hier auf dem Gelände. Ja, ich habe auch einen bei mir, aber es gibt hier Hunde, Massen, überall. Die sind endsympathisch, die Hunde, finde ich. Ja, aber es gibt hier in der Umgebung richtig viele, also ich habe richtig viele gesehen. Ey, lass mal bitte schlafen gehen. Oh, ich kann gerade nicht. Und ich muss gerade erst noch hier das Gebiet fällig ausleuchten. Ich bin, oh, drei, vier Zombies, drei, vier Zombies, lalalala. Okay, Leute, ich mache mal einen Reconnect, ihr seht ja gerade selber, wie das hier failed, ähm. Nein, Gott, ich kann, bis gleich, no, nein. Da ist irgendwas in die Luft gegangen. Oh, wieso habt ihr nicht gesagt, dass es dunkel wird? Nein, ich gehe auch mal wieder runter. Das ist schon die ganze Zeit dunkel. Wow. So, und ich kann natürlich den lebtes Death wieder raushauen, der gebraucht ja keine Zeit. So, ich hoffe es, okay, nein, es funktioniert immer noch nicht, das ist scheiße, Gott. Naja, die Folge müsst ihr leider wohl mit noch leben, dann müsst ihr es bei der nächsten Folge mal versuchen zu ändern. Was denn? Was denn los? Äh, irgendwie laden alle zwei, drei Sekunden die Chunks oder so neu, ich weiß auch nicht. Äh, stell mal jemand in der Option. Moment, gleich. Und mach mal Chunkloading auf, ähm, Default oder Smooth, aber nicht Multicore. Äh, Option, äh, Grafik, ne? Ja. Äh. Ich glaube, der hat nicht mal Optifun drin, oder? Hast du Optifun? Doch, hab ich. Ah. Äh, und da was nochmal war das? Ähm, Chunkloading. Und damit habe ich erst mal hier meine Saphire gefunden, drei Stück, das reicht für den Spatzaketik. So, ich kauf, es funktioniert und, äh, ich glaube ja, es funktioniert, glaube ich wirklich. Danke dir, Nate. Ja, ja. Können wir jetzt bitte mal was schlafen gehen? Ich bin gerade in der Mine, sorry. Leider kann ich nicht. Ach, dann ist mir auch egal. Ich gehe auch raus. Leider geil. So, erstmal hier noch das Redstone mitnehmen. Redstone ist zwar banal, aber braucht man auch immer für. Ich habe richtig viel Eisen schon. Echt? Nice. Ich habe nochmal fünf gefunden. Dimitri? Ja? Wofür braucht man diese Apartheid-Dinger? Appetite, äh, damit kannst du Fertilizer herstellen. Da kannst du, äh, schneller reißen. Also, kannst du deinen Boden so machen, dass alles schneller wächst. Echt? Geil. Kannst du mir das wieder sagen, wie? Ähm, ja, kann ich auf Dauer machen. Muss ich aber selber erst nochmal in der Wiki nachlesen. Aber kann ich nach der Aufnahme gern machen. Okay, danke dir. Wofür? Ist das Sulfur? Noch nie gesehen, Alter, noch nie gesehen. Was auch immer das hier ist, ich habe es noch nie gesehen. Ja, geil. Okay. Okay, ich habe Robine. Ja, oder sowas. Warte. Ah, es ist da vier. Enthard, ich habe Sulfur. Ha! Ich habe keine Ahnung, wozu es da ist. Ich habe es noch nie gesehen. Okay, hier ist Lava. Aber ich habe es jetzt. Sau gut. Ich dachte immer, man kann Sulfur nur synthetisch herstellen oder so. Anscheinend nicht. Ne, anscheinend gibt es es auch einfach so. Aber dass ich bis jetzt noch keine Diamanten gefunden habe, enttäuscht mich jetzt. Ach komm, übertreib es nicht. Moment, ich muss mir mal eben Wasser holen, sonst stelle ich Obsidianen her. Ja, weil du schon Dier-Pack-Gags hast, oder? Ne, damit ich da rüber kann. Ach so, das meinst du. Ja. Ah, wieder Kohle. Kohle ist wichtig. Oh, ja. Oh, hallo Lava. Da hüpfe ich doch gleich mal weg, bevor die Lava mich hier noch irgendwie kaputt macht. Ich weiß gerade gar nicht, wann auch ich hier so wirklich suche in dem scheiß Dschungel. Warum bist du auch in dem scheiß Dschungel? Ich weiß nicht, ich habe gehofft, dass ich hier etwas Gutes finde, aber er wollte uns eifersüchtig machen und fällt dabei. Oh, Ferris-Ore, Ferris-Ore brauche ich auch später. Das Hellgrüne lässt sich mit einer Steinspitzhacke schon mal nicht abholen. Sehr geil, Ferris ist wichtig, Alter. Ferris ist sehr wichtig. Okay, das ist Uranium, Ohre. Uranium? Uranium ist gut. Okay, jetzt ist hier sogar schon Schneebiom. Schneebiom? Ach, ich habe keine Schaufel mehr, fuck. Schneebiome sind so kacke, Alter. Ähm, es geht, ne? Ja, es wächst halt nix. Ja. Oh, guck mal, noch mehr Sulfur. Jetzt geht es richtig los mit dem Sulfur. Echt? Ja, klar, Mann, ich habe mehr Sulfur, als ich jemals hatte. Äh, hattest du überhaupt schon mal was? Ja, ne, eben nicht. So, läuft. Also, ihr Leute, ihr merkt, ich bin zwar ein bisschen ruhiger, lasst die anderen einfach ein bisschen gequatschen. Ja, so muss das, Alter. Ich auch mein YouTube-Money. Ne, YouTube-Money. Ja, genau, wir verdienen das Geld für dich, Alter. So sieht es doch aus, Mann. Weil, geschweige denn, irgendwer hier mit YouTube von uns Geld macht. Ah, Monazid, das bringt einfach gar nichts. Wobei, es bringt auch ein Amplify im Mass Fabricator. Also, 90% der Dinge hier kann ich eigentlich irgendwie im Mass Fabricator verheizen. Voller Marsch. Nachdem es ja das Force Field-Scheiß nicht gibt hier, glaube ich, soweit ich weiß. Welches Level seid ihr schon? Zehn. Zehn. Strip-Mine gibt einfach so ewig viele Peres. Ja, ich kämpfe die ganze Zeit gegen Monster. Ja, mit, ey. Ne, ich kämpfe die ganze Zeit gegen Monster. Siegen gar nicht mit Chip 10. Ah, Zombie. Ah, Zombie mit roten Augen. Ach, Angry Zombies sind doch cool. Ja, ja. Egal, jetzt ist er tot. Ah, Lappen. Noch mehr Silber, oder was bist du? Ja, Silber. Jetzt hab ich erstmal Wasser geschnappt hier. Und meine Eisenpick ist gleich im Arsch. Danach machen wir dann schöne Saphir. Hallo, Nicolit. Ich brauch dich zwar nicht, aber ich nehm dich einfach mal mit, weil du IP gibst. Oh, da sind Shards. Die brauch ich. Shards sind End-Nice. Ja, wie gesagt, wir können auf Dauer handeln. Wenn du mir irgendwelche Zauberstäbe gibst, kann ich dir ein Jetpack geben und so. Ja, ja. Also, ihr habt es gerade wahrscheinlich mitbekommen. Ich werde anfangen mit so Zauberei. Ähm, ja. Und sonst glaube ich alle Technik, oder? Fängt ihr noch irgendwann mit Zaubern an? Mal schauen. Ja, Technik. Einfach um die Zwerge an, Nails. Mal schauen. Ja, ist ja nicht schlimm, also. Ich frag nur so gerade aus Neugier. Ja, klar. Oh, das erste, was ich mir jetzt abbaue, ist nochmal ne Birke, ey. Geil, das ist ja. Ich hatte am Anfang noch nie ne Schlucht. Bei Feed the Beast, so. Auch nicht? Ne. Die selben sind die aber nicht. Hier sind 1, 2, 3, 4, 4 R-Shards, die ich jetzt schon sehe. Ich hab Border Shards. Ja, mein ich ja. Das sind die zwei R-Shards. R-Shards sind die gelben. Ja. Ich hab dafür noch keinen Copper, das nervt mich ein bisschen. R-Shards sind die grünen. Gelb ist R. Tin, aber kein Copper. Und Copper werde ich auch brauchen. Oh, ich dachte gerade Diamanten, ne? Ja, aber es ist dieses Fake-Dier. Alter, was soll denn das? Ah, Opfer. Höhe 13 und so, ne? Das Beste. Ja, okay, ich bin Höhe 38. Hab ich auch gar nichts drauf geachtet. Weißt du, eigentlich hab ich gedacht, dass ich die Erste bin, der unten ist, weißt du? Und da irgendwie nach irgendwelchen Erzen so. Aber ich hab mich getäuscht. Irgendwie bin ich oben und ihr seid unten. Ja, ich bin hier der Erste, der irgendwas gemacht hat unten. Und gleich mal verreckt ist. So muss das Alter, gleich mal lieber nütig werden. So wird es wahrscheinlich meine Erste Folge heißen. Erste Runde, er ist das letzte. Erster Tod. Ja. Oh, Brüner, das ist noch Viere. So, erstmal ein Eisenschwert gemacht und hier die Kuh killen, die da, keine Ahnung, bei wem auf dem Grundstück gammelt. Äh, ja. Ich klau ja nichts, das töte nur eine Kuh. Aber Kühe findet man draußen auch richtig viele, also da haben wir nichts. Ja, mag's sein. Im Grunde genommen klaust du dem Grundstück die Kuh. Nö. Ja, dem Grundstück, aber nicht dem Typen. Weil der hat sie ja nicht getötet. Ich weiß. Ich kann nicht mal mehr sprinten, Alter. Äh, Dings, Tiere, die schon jemanden gehören, dürfen auch nicht getötet werden, ne? Ja, aber wer sagt denn, dass das Viech jemandem gehört? Ja, ich mein nur, äh, mein Hund gehört ja mir jetzt schon und... Na schade, ich wollte ihn killen. Ja, wenn du im Haus bist, ist er aber schuld, dann töte der nämlich dich. Ja, nicht unbedingt. Gott, ist das ein fetter Baum, Alter. Ich hab so viel Eis zu bauen. Ja, ich hab auch schon über 20 Eisen, Digga. Ich hab viel mehr. Ich hab alleine gerade schon 29 gefaunt, hä. Und noch mehr, yay. Ja, ich kümmere mich gerade erstmal um Essen, Alter. Ach, die Luft hier draußen ist so schön. Wie ist denn die Luft da unten? Ja, ich mach gleich erstmal Weitereiten, ja? Boah, ich muss mal ganz kurz bei mir das Fenster zumachen, sonst kommen Mücken rein. Wieso beklagen sich alle über Mücken? Ich hab damit gar nichts gesehen. Alter. Er macht so richtig fettes Metallrolle runter, weißt du? Ja, haltet. So Einbruchsschutz. Wie im Knast, Alter. Scheiße. Was erwartest du? Ja, warum nicht, sag ich nur, ne? Ich sag nur, was erwartest du. Natürlich. Ja, Dickfetteinbruch schützen, alles. Am besten noch Alarmanlage aktivieren direkt und sowas. Damit ich nur einen Eisenofen bauen kann. Ich hab da oben was vergessen, schau mal nach. Ja, also wir haben so lange auf Serverpack gewartet. Und wir springen da runter vor Freude. Alter, hier gibt es nicht so viele Hundis, ne? Sag ich ja. Wuff, wuff. Ja, komm Dimitri, sei mein Hund. Alter, hier gibt es richtig viele Scharzen. Da gibt es doch täglich Knochen von mir. Boah, da bin ich entfür, Alter. Da mach ich mir ne Farm auf. Das glaub ich dir. Das glaub ich dir sogar, dass du mir das glaubst. Ent viel Eisen und Ent viel Stratz. Also, ich hab grad so ein Glück. Ja, also ich fand jetzt erstmal... Ich seh's jetzt. Komm, wenn ich nicht einmal nach unten geh, alles so strip-mining-Gänge und dann und dann... Nee, ich strip-mine nicht. Ich geh durch Hüllen, hab ich Anfang an gesagt. Also, ich werd nicht strip-mine. Hab ich, weil das ist mir zu langweilig. Ja, mir auch. Aber am Anfang mach ich das halt einfach, weil ich's kann. Ja, klar. Aber ich mein, ich hab mehr Spaß dran, wenn man ohne Equip einfach in eine Höhle geht und dann muss man sich so durchkämpfen. So, weißt du, das find ich nicht geil. Wenn die Lava springt. Ja. Nee, da hab ich mir schon einen Eimer gemacht. Genauso wie du, ja. Ja, aber ich bin ja nicht bei einer Höhle, sondern beim Strip-mine in eine Lava gesprungen. Ja, das ist natürlich noch schlimmer. Ich wollte einfach mal sehen, was unter der Lava so ist. Vielleicht waren da ja Dias. Ah, geil. Ich weiß nicht, wie du. Wie wir sein können. Hätte. Ja, hätte, hätte, ne? Hm. Noch mehr Copper. Noch mehr Redstone. Hm, hab ich gar nix von. Boah, Copper nehm ich. Copper hab ich viel. Ich nehm Schwarz. Ich nehm Schwarz. Ja, kannst du haben. Deal, du kriegst alle Shards, die ich finde. Ich krieg Copper. Ich hab schon so viel Copper, das wär jetzt grad ein bisschen blöd von mir, wenn ich da gerade zustimme. Du kriegst auch ein Jetpack dafür, Alter. Je früher ich viel Copper hab, desto früher krieg ich ein Jetpack. Das weißt du. Hm. Ja, stimmt. Deine Entscheidung. Jetpack design ich echt einfach zu machen. Ja, ist auch geil, das Teil. Es dauert halt auch ein Weilchen, bis man's hat. Nicht wirklich. Ja, doch. Halt ein bisschen. Nicht gerade lange, aber ein bisschen schon. Also bis man wirklich ohne Kohle und ohne Badbox und sowas aufladen muss, dann finde ich, bist du ausgestattet in Sachen Jetpack. Also wenn du halt auch so Solarhelm hast, weißt du? Ja, ja, klar. Das gehört doch zur Grundausstattung eines Technikers. Ja, Mensch. Dann den Düsentrieb, Alter. Ich nehm erstmal wirklich grob einfach alles hier mit. Hier sind so viele Höhen in der Schlucht. Wie geil. Wir sind schon über... Oh, da ist Lava. Ja, wir sind schon... Boah, scheiße, war das doch knapp. Wo sind wir? Einen Moment.